Liebe Ofenfreunde, jetzt stehe ich an einem sicherlich sehr besonderen Ofen von der Optik und Haptik. Das ist der Faro von Zera. Zera ist ein deutscher Hersteller, sehr hochwertiger Hersteller, baut nicht viel Stückzahlen, aber gerade für sehr hochwertig. Hier sieht man wie gesagt den Faro in Weiß, den gibt es in unterschiedlichsten Farben, muss man dann einfach mal gucken. Auf der Internetseite von Zera, Panoramascheibe, das heißt ich habe hier eine 180 Grad Scheibe, die geht komplett, man sieht es eigentlich, die Hälfte des Ofens ist Scheibe. Das ist auf der einen Seite natürlich optisch ganz schön, auf der anderen Seite ist es auch schwieriger zu benutzen, das muss man natürlich sagen. Das ist für mich ein klassischer Samstagabendofen, das heißt ein Ofen, der jetzt nicht einfach ausgelegt ist, unbedingt Wärme zu produzieren, sondern einfach ein schönes Ambiente zu machen und wenn er aus ist, auch noch gut auszusehen. Was zwar eindeutig macht, also das ist zwar vielleicht jetzt nicht ganz universelles Design, aber doch so gelungen, dass ich sage, das kann man fast jeden Raum reinstellen. Sehr wertig gebaut, also man merkt hier, man hat Material in der Hand, das ist kein Thema. Der Luftregler ist auch besonders, das ist einfach, man dreht den hier so, ja, also nicht nicht schieben, sondern drehen. Auch die Firma Zera setzt auf Thermott im Feuerraum, das ist kein Thermott, das ist keine Keramik, das ist eine Mischung aus beiden. Hat eine Aschebox der Ofen, das heißt, hier unten drunter ist so eine kleine Box, aber man muss natürlich sagen, das ist ein Witz. Sollte man einfach lassen. Die Asche wird aus dem Feuerraum entnommen, wenn die Oberkante unten drunter, wenn es hier erreicht ist. Ansonsten macht man sich so ein bisschen zum Slaven des Ofens, wenn man jetzt versucht, die Asche da reinzupropeln, um sie dann wieder da rauszunehmen. Das macht wenig Sinn. Das ist so ein bisschen der Versuch, viele Hersteller, alte und neue Welt, nämlich Aschenkasten und Stehrost und Blattrost und alles Mögliche mit der neuen Welt, nämlich rostfreie Verbrennung, irgendwie zu kombinieren, um den Kunden dann so eine gewisse Brücke zu bauen, will ich es mal nennen. Ansonsten wie gesagt, also ein Ofen, der optisch in moderne passt, vielleicht als äquivalent auch mal ein älteres Landhausstil, aber da eher selten, würde ich sagen, und für jemanden, der einen Ofen sucht, mit dem er gut aussieht. Ein wunderbares Heizobjekt ist es nicht, allein die Auskühlung über die Scheibe ist so groß, dass ich jetzt keine Wunderwerke erwarten darf, trotzdem macht er natürlich große Flächen warm. So ist nicht, aber nicht besonders effizient, das geht deutlich effizienter, ist aber optisch halt sehr, sehr guter Ofen und für jeden, der das wünscht, kann man bei Zera auf jeden Fall fündig und fündig werden wir zugreifen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Modell, Leistung, Größe, was auch immer, stellt sie bitte, schreibt sie in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und kontaktiert uns, wenn ihr eine Beratung braucht oder vor Ort irgendwas installiert haben möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Bis zum nächsten Mal.